1, go. Weg. Kommen, genau, so heißt es. Moment, äh, jetzt. Willkommen zurück. Checkrede gerade. Okay, das war doch mal ein guter Start für ein paar. Reibungslos, reibungslos war das. Nein, nicht wirklich. Doch. Nee, nicht wirklich. Ähm, habt ihr auf 2 die Lautstärke oder auf 1? Ich habe ja auf 1. Ich habe ja auf 1. Ich hatte bei mir noch alles beim ursprünglichen Wert, aber... Weil wir sind dann ja eh leise, deswegen. Und 2 ist einfach zu laut von den anderen, von den Explosionen. Okay, stimmt. Dynamische Schatten. Weil ich sehe, Alter, was ist denn hier los? Was haben wir denn da? Hä? Moment, Moment. Moment, ich habe gerade, glaube ich, ein kleines Problem. Ach, okay. Entschuldigung. Jetzt, 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 jetzt. Die sind gut aus, was ist denn? So. Und... Bra, wie bra, wie bra, 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 bra. Ja, okay, gut. Nachdem wir uns erst einmal hier widersprachlich wieder in einem guten Kommunikativ... Nee, du kommst nicht mit mir. Ich fahre nicht mehr mit dir. Du bist... Ach, komm schon. Ach, komm schon. Nimm mich mit. Du bist ein Arsch. Oh, du bist so richtig sehr freundlich. Dann darfst du mich nie wieder begrauschen. Okay. Äh, tue ich das sowieso schon. Jetzt habe ich deine Erlaubnis, das zu brauche, ja? Jetzt habe ich meine Erlaubnis. Wir müssen, wir müssen da hin. Alter, du bist so schwer. Du bist nur aus Muskeln, du weißt. Das ist Wahnsinn. Nee, nee, ich habe auch hier einen Prozent Fettanteil. Komm schon, wir müssen hier schon ein bisschen fair sein. Dein Nacken, ja. Ein Berg aus Muskeln. Wo müssen wir überhaupt hin? Hier, ne? Das weiß ich ja nicht. Das musst du ja als Horst ja quasi wissen, wo wir hin müssen. Warte, Karte, Karte, Karte. Machst du denn? Ja, da müssen wir hin. Rust Comins West. Ja, gut. Geht schon mal vor. Ich komm frisch nach. Get those, get those. Es fängt wieder gut an heute. Ja, genau. So wie es das letzte Mal noch im letzten Jahr aufgehört hat. Ja, stimmt. Das ist ja... Die letzte Aufnahme von uns war am 16. 16. Dezember 2018. Das war noch Zeiten. Ja, das waren zwei Tage, bevor ich in den Urlaub geflogen bin. Ach ja. Da waren die Jugend noch anständig. Ja. Übrigens für die... Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben... Tavi hatte da noch Haare. Wenn ihr das seht, zum Zeitpunkt bin ich gerade auf Krücken unterwegs. Bin ich gerade auf Krücken unterwegs. Knallhauter Psychopaths mit einer Waffenkiste. Komm her, du. Oh, komm her. Das können wir hier hin müssen. Ich bin auf jeden Fall... Ich bin auf jeden Fall... Ja, du musst jetzt da gerade ausfahren und dann nachlängst. Nee, ich müsste da oben holen. Level 25 Waffen, egal. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Ja, wenn du was Gutes für mich findest, sag mal Bescheid. Ja, ich habe eine Assault Rifle und dann glaube ich noch eine SMG angesammelt. Aber ich glaube, es wird nicht alles. Ja, hier, 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 hier. Weiß ich, ich weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich alles gut. Roten Dürfler macht ihr hin. Ah, nehmen wir mal einen. Das sammelt man nur ein einziges Mal hier eine Waffenkiste auf und schon seid ihr wieder irgendwo in der Warn Ich bin zwar gerade erst weg aus dem Urlaub, aber es geht für mich im Juni wieder los. Mad-Check! Warte, das ist doch hier die diverse Pistole von Mad-Eye, oder? Mit 3 Millionen Elektroschaden, oder? 3 Millionen? Oh, da kommen noch mehr! Auf jeden Fall, ich bin zwar gerade erst aus dem Urlaub weg, aber für die Leute, die es interessiert, ab Juni geht es für mich wieder. Ja, weil er einfach reich ist. Er ist reich. Und für 4 Wochen. Okay, das kannst du ankündigen. 4 Wochen. Das heißt, wir müssen vorproduzieren. Wir müssen vorproduzieren, Mann, dann. Im Mai müssen wir dann reinhauen mit vorproduzieren. Im Mai? Wir müssen heute schon rumpfen, ne? Nein! Also, wir ziehen heute auch durch, ne? Ihr habt das sowieso. So, mehr. Horst, du darfst die nächste Mission wählen. Da, so, wir fernste besuchen. Ne, das ist ja nur in Damsen. Feuerkraft. Oh, okay. So, warte mal, wo wir erstmal hin? Ach, dort unten hin. Du, 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 du. Warum ist denn nicht das andere Auto? Oder möchtest du eher geschoben werden? Ich würde geschoben werden. Die Frau möchte von hinten geschoben werden, ja. Von vorne, bitte. Von vorne, bitte. Das ist doch. Meine Güte aber auch. Ja, das die Wohlenfolge an den zweiten sind. Garant. Halleluja. Wir hätten gestopft ja noch. Das Niveau, das die Wohlenfolge 19 fängt schon mal echt super an. Hä? So, klar. Da kann ja eigentlich egal sein. Ist doch sowieso ab 18 noch nicht. So, aussteigen. Wir laufen. Wo müssen wir denn hin? Huch. Geradeaus. Bang, bang, bang. Warum laufen würde? Ganz einfach, weil es nicht weitergeht. Da kommt noch einer. Durch die alte Map jetzt hier durchzufahren. Alter. Und wir cruisen, bis wir fluten. Unsere... Was? Nee, war falsch. Und wie das falsch war. Also, ich habe jetzt keinen Deut davon jetzt überstanden, was das eigentlich von der Wollt ist. La 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 la. Na komm her, hier. Bats. So, komm her. Bats. Bats. Zack. Zack. Der ist Bats. Bats. Zack. Aber wir gehen ja durch, als wärs nix, ne? Wir blüten, weil wir cruisen. Ach, du wolltest mir... Der hat ja noch was für mich. Du wolltest mir doch die Waffe hinschmeißen, diese SMG-Gedönes. Ach so, warte, warte, warte. Ist die gut? Wie viel Damage macht die? Ähm, also kleine Ernüchterung, es gibt keine SMG. Was ist das denn? Oh! Sondern ich habe nur eine Standard Cobra. Ja, ja, was macht die? Die haben wieder nur drei Schuss wieder abfeuert. Und dann eine, ja, eine Terrible Scattergun, also vergiss es. Hier ist eine, hier ist eine Shotgun, Level 25 mit Explosionsschaden. Explosionen! Ich bin voll im Mali-Wahn. 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 Ich bin voll im Mali-Wahn. Mali? Da habe ich ja einen totalen Wahn. Ja. Aber, okay, gut, die sind ein Puppen sogar überlegen, als ob. Mali-Wahn. 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 Mali-Hahn. Nee, kann ich mir nicht leisten. AAAAH... Mali-Wahn. Ihr könnt euich mehr leisten als ich. Ich bin im Moment voll Pleite hier. Ja, ich muss erst mal wieder hier Leute verprügeln, damit ich Geld bekomme. Ich habe nur 3500 Dollar, Alter. I need a Dollar. dort aus oder wo der Mannheit baby und so er könnte ja im gleichen Schmack machen Moment schön ja ja ich glaube ein bisschen verkaufen das war immer an deinen Tastgeräuschen mit diesem Tüller weissen also wirklich hatten wir denn diese Thematik mit den Dealern schon mal gehabt ja wirklich ja aber ich weiß nicht mehr wo boah ich muss mich mal ganz kurz hinstellen ich krieg die Krise mein Stuhl ist zu hart das kann man auch etwas leicht fehlinterpretieren die Aufnahme ist ab 18 alles gut gut ist vielleicht ein bisschen fragwürdig weil er ein Mann ist aber ja jedem das seine jedem das seine jedem das seine oh mein Gott ich geh mir kurz ein bisschen umfüllen ach komm Junge hier ja so ich glaube ich weiß wieder wie man das spiel nicht gespielt so komm her was soll ich sie hören blut 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 Das kommt auch dazu, ja. Also habt ihr keine Zeit bis dahin? Ich habe bis sechs Zeit. Wir gucken einfach mal, wenn sich bei mir irgendwann mal das Spiel ordentlich aufhängt, weil dann gar kein Platz mal ist, dann gehe ich mal davon aus, dass es dann mal die Zeit gekommen ist, nicht mehr eine Aufnahme auszunehmen. Oder wir machen bis sechs Uhr, wie der Gravit gesagt hat. Moment, ich brauche meinen Gegner, das war nachher, ganz wichtig. Ah, ja. Wann hast du denn nochmal Zeit? Hast du morgen auch nochmal Zeit? Ouch. Morgen wollten wir dbd aufnehmen, weißt du? So, Beweise habe ich gefunden. Hast du morgen noch, sonst? Wie viele Folgen wolltest du dann aufnehmen, dbd? Weiß ich nicht, gucken wir mal, je nachdem, wie viele auch da sind. Ja, okay. So, nächstes Mal. Wann hättest du denn sonst Zeitpaar? Müssen wir mal gucken. So, das haben wir geschafft. Ja, das heißt, du hast noch eine Mission noch. Also, unsere Woche hatte. So, erstmal hier Speed Questing. Ja, schon Stockley, wer ist das überhaupt? Einer muss da ein, glaube ich, ne? Ja, Moment. Also wieder, also wieder Wochenende, würde ich sagen, oder? Ah, cool. Ich sehe sogar meine ganzen Werte hier. Ah, das ist echt cool. Das wird doch noch lustig. So, äh, da vermisste Person. Achso. New Haven, jetzt, ne? Genau. Für die Leute... Nein, 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 dann nach hier zum, zum neunten Hafen. Hatte ich schon damals immer gesagt. Für die Leute, die, äh, sorry, dass ich gerade wieder über irgendwas gequatscht habe, was eigentlich nicht in die Aufnahme gehört. Ach, wozu dich immer entschuldigen? Das gehört nicht dazu. Ja, doof gelaufen. Wegen was denn? Ich habe nicht zugehört. Wollt ihr mal... Ihr könnt doch von da ausreisen, oder nicht? Nein, da kann man nicht. Da ist es nicht möglich. Dann war es hier vorne. Willst du gleich dorthin? Ja, darf ich... Oder solltest du dich dorthin schieben? Nee, kannst du schon mal hinfahren. Da, hier ist doch gleich vorne. Ja, ne? Nee, ihr könnt mich schieben, bitte. Hallo, hier. Ach, die paar Meter, die kannst du laufen. Nein. Da brennen wir ein bisschen fett hier hin. Lauf, auf. Und für die Leute, die es interessiert, nächste Woche Freitag Resident Evil Livestream. Lauf, auf. So, warte. Wo genau müssen wir eigentlich jetzt hin? Kein Schwein. Doch, und das will wieder. Kein Schwein, hört zu. Was? Doch, nicht. Ich glaube, es wird sich bald ändern. Hast gehört, Para? Nächste Woche Resident Evil Livestream. Uh. Nächste Woche Freitag. Freitag? Bevor wir aufnehmen. Boah, ist der das nicht. Nee, nachdem. Nachdem. So. Na was? Bevor oder nachdem? Am besten im Nachhinein. Also, also, bevor nachdem. So machen wir es. Bevor. Bevor nachdem. Okay. Ich gehe mal hier zu Fuß zu dem Typ dorthin, weil ich brauche ein bisschen Ausdauer hier. Ach, der ist ja da hinten. Stimmt ja. Schon, Stockeli. Ach, der ist ja am Arschstein. Ach, weißt du was? Ach, jetzt gehört ja genau. Ja. Also, gut, dass die Folgen auf 8. Wir lagern so einen Scheiß. Wie? Du? Ja. Das machen sowieso. Das gehört mit dazu. Das ist eine geplante Sache. Ich laber die Scheiße. Du kriegst nie wieder mein Hinterteil. Ach, da vorne auch. Komm schon, du mich auch. Dort vorne, Kai Sett. Ja. Du kriegst nie wieder mein Hinterteil, Krabi. Habt ihr's gehört zu schon mal? Ich nehme, Tavi. Und der mages. Und der mages. Ja, 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 ja. Du hast es gesagt. Ja, ich hab hier den Herrn gefunden, Tavi. Ich meine, ja. Tavi, pscht, wir müssen jetzt weitermachen. Ich meine den Ingame- Ich meine den Ingame- Tavi, wir müssen weitermachen jetzt. Hä? Da reden heute Nacht drüber. Bitte was? Ach so, wir müssen alles abgeben. Nein. Doch, wir sind fertig mit allen Quests. Ach so, ja klar. Aber hier, jetzt hör's mal. Ja, keiner mehr. Ich klicke jetzt drauf. Ja. Du es. Ein Unrecht, steht das andere auf. Neue Mission. So. Krom-Scanion müssen wir ja, Reaver töten. Ja, gut, dann müssen wir noch mal in Krom-Scanion rein. Ja. Da könnte ich ja, dort neben war ja noch die restliche Dose von Skagfleisch noch holen. Warum auch immer die bei mir im Astro-Rose. Ja, das ist, das war wirklich komisch. Aber lieber dir so. Kömisch. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Kömisch. Immer wenn ich aufnehme, kommt irgendjemand rein. Das sagst du auch hier in On-Air-Shield, ne? Ja. Ja. Ist leider. Ist leider noch nicht anwesend. Ja, weil wir mit Spaß haben wollen, Tavi, dann muss ich hier reinkommen. Geht da nicht an das. Ich enthalte mich mal sämtlichen Kommentaren. Ja, du musst die Kamera halten, ja. Grave. Ja. Echt uncool. Wieso? Katschikens Humanity. Katschikens Humanity. Stimmt, das können wir schon mal zocken. Deswegen haben wir gestern gemacht. Deswegen bin ich ja so, wie ich gerade bin. So versaut. Wir können ja gleich, wir können ja gleich, ich weiß, wisst ihr, was ich mache, wenn ich die, wenn ich gleich katte? Dann geht's erstmal rund. Dann tu ich, tu ich mal eine Lobby aufmachen und guck mal, tu uns mal in die Warteschlange. Ja? Tu uns mal in die Warteschlange. Ja, lauf doch. Geh weg. Lauf. Jetzt lauf. Nein, ich kann's doch mal bitte mal die Mission mal aktualisieren. Ja, wollen wir denn erst, lass uns erstmal Borderlands fertig machen. Ja, ich meine, trotzdem warte schon lange, du musst ja sowieso warten bei denen. Ja, aber lass lieber, lass lieber heute Borderlands machen. Wir können ja nachher trotzdem eine Runde zocken. Ich dachte, du willst es durchmachen. Ja, wenn Borderlands fertig ist, danach. Ja, erstmal fertig machen. Ey, ich, ich, du weißt doch, ich plane sogar schon meinen Umzug auf das Rote. Ja, das, 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 du machst mich wieder fertig, weißt du was? Also ich möchte gestrecken. Nein, du machst mich wieder fertig. Ja, stimmt, wo ist er, ja, Horst. Para, der macht mich fertig. Der macht mich fertig. Horst, neugfest. Ähm. Revol, wo müssen wir hin? Da, Lama. Stimmt. Nein, ja, da können wir gleich noch die ganzen Dosen noch mit eins sagen. Also ich zumindest. Warum auch immer. Nein, für Parra, der das nicht mitbekommen hat. Ich habe nämlich den Gravi erzählt, dass ich irgendwo mal nach Lanzarote auswandern werde, weil ich das Wetter in Deutschland scheiße finde. Ich kann mir denken, warum du explizit nach Lanzarote wirst. Genau. Deswegen auch. Nur deswegen? Also deswegen auch? Und nur das, Mann. Deswegen auch. Deswegen auch. Also deswegen auch nur deswegen gewesen ist. Nein, deswegen auch. Ich muss aber dann von Lanzarote aus dann mit uns dann hier, ja, in Deutschland dann hier vor uns dann zocken. Ja, das wieso. Ich geh' aber durch. Ich mach' das schon. Ich weiß. Ja, Gott, dann muss mir alles wieder machen, hier, ne? Da hat man ja auch Internet. Müssen alles wieder machen, ja. Da hat man ja auch Internet. Ja, das ist ja auch. Da hat man ja auch da. Ja, das ist ja auch. Naja, so doch mal. Ja, klar, das Internet da ist gut. Der Internet. Ne, Internet. Das Internet ist gut. Das Internet. Das Internet ist gut. Das Internet. Ja, der Internet ist immer nicht. Ja, der Internet ist immer nicht. Ähm, hallo, kann ich hier jemanden wiederbelebt? Ich weiß nicht, wie ich bin, dass ich nicht gestorben bin. Ich bin doch kein Geld. Ich bin doch nicht mehr zu sehen. Ich bin doch tot. Alles klar. Alles klar, da sterben sie alle wie die Fliegen. Ja, Moment. Alles gut. Wow. Alter. So. Wer hat denn da? Wer hat denn da? Wer hat denn da? Wer hat denn da? Na? Wer hat denn da aufs Ege drückt? Alter, kannst du mir mal helfen? Diese Spinnen sind ja echt kacke. Die sind richtig ätzend, ja. Also, das kommt davon, wenn man hier knapp drei Wochen lang... Alter! Ich habe, ich hatte Besseres zu tun. Ja. Du musst dich das mal wieder an dein Chica-Satz mal wieder denken. Wenn sowieso... Du musst meinen ja nicht vernünftig Popperl entspielen. Was meinst du, warum ich... Was meinst du, warum ich... Ich gesagt habe, ich wandere aus. Alter, ich hasse die Dinger. Jetzt habe ich mich verraten. Warum gehen wir einfach hier durch? Warum gehen wir hier durch? Ganz einfach, weil wir uns dort rüberkommen. Und es geht dann killen. Warum habe ich wirklich... Äh, ja. Ich brauche die shotgun, ne? Ich brauche die shotgun. Ich habe mich jetzt total verraten eigentlich. Hey, da. Das ist an die ganze Zeit. Aber das Wetter ist auch gut. Loll, was sei es? Oh, dahinter ist ja noch einer Leckmutter. Immer die Frau ist mal wieder draufgegangen. Ja, mal wieder. Ich habe gerade zu tun. Immer mal die Frau. Ich war bei mir mal in anderen Prügel. Es geht erstmal hier einschalten. Das ist nicht mehr weg. Ich bin schon... Geh mal weg. Geh mal weg. 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 Okay. Das ist eine Mission für sich. Was ist mit uns los? Wir waren mal besser, oder? Na ja. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich habe noch eine super ethel, gekriegt mit den Knallharten, seine handsальный. Ja. Ich bin nur tot. 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 Ich fahr da jetzt mit dem Auto durch, das ist mir jetzt sowas von schnuppe, ey. Ja, wenn das gehen würde, weil da gibt's kein Auto. Gibt's dir kein Auto? Nein. Nein, hier gibt's kein Auto. Okay, ich lass überlos euch, Reaver. Also, wenn wir jetzt hier in Spanien wären, dann wärst du jetzt ja Carlos. Ey, es gibt wirklich jemanden, der heißt Carlos in diesem Hotel. Wirklich? Ich wüsste, da weiß ich das so, ähm, nach. Und? Halleluja. Der ist echt ein cooler Dude. Der ist echt ein cooler Dude, ist der. Na, das läuft doch. So muss es laufen. Da hat er echt erraten, dass es jemanden gibt, der Carlos heißt. Nee, ich bin jetzt eigentlich nur auf der Ringkirche ist nämlich gekommen, weil es hier wirklich kein Auto gibt. Carlos. Ja, tja. Ach, Carlos heißt das. Oh, ha, 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 ha. Du kriegst es aber auch nicht. Ha, 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 ha. Der Groschen ist gefallen. Ha, 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 ha. Man, das heißt aber careless. Chaos. Ich hab kein Wesen mehr. Carlos heißt das. Carlos. Ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Aber mit der Sklappe klappt das besser. Nichts, das ist Level. Nächstes Level. Ihr seid alle schon Level-up und ich. Nächstes Level. Nächstes Level. Nächstes Level. Nächstes Level. Nächstes Level. Warte mal, ich hab ja noch eine Stücke. Huuu, aber die ist ja schlechter als meiner. Nein, die sind aber nicht. Egal, dann lass du wenigstens wieder ein Element und du bist ja wirklich dafür prädestiniert, Elemente hier nicht zu nehmen. diese genannte gibt mir das nicht auf den sack haben wir haben wir habe ich denn irgendwas mit ich habe ich nicht ich habe das neuere doch schock habe ich jetzt ist der schock munition munition zu sparen ich glaube das keine so gute idee alleine gegen den anzutreten und von vorne anzugreifen was machst du den sterben ich bleibe hier gerade alter die dieser hat es doch gerade das sieht so unwirklich aus das sah so unwirklich aus alter dann gab es der musik zu das passt völlig ich konnte ja leider nichts dafür ja dass das wäre ich noch mal wie das da echt lustig aus und das muss dann unbedingt hier nicht so lustig aus wie er einfach mal gesprungen ist und du draufgegangen ist einfach naja draufgegangen eben den sinne weil die zeit abgelaufen ist und ich nicht die möglichkeit hatte den hinten am thorax zu treffen am thorax du meinst am arsch er wollte es jetzt so gut aus am thorax heißt es nicht doch für mich zumindest da bist du ja voll am thorax oder was da bist du ja voll am arsch heißt das ich muss mich erstmal hier generell einspielen ich bin ja komplett aus of date der schluss das ist jetzt auch gut das ist jetzt auch gut vier fünf wochen her dass wir das jetzt mal gespielt haben noch einer huuuu was haben wir denn da da auch rein folgewoche ähm hätte sie eigentlich auch schon beginnen sollen also zumindest hier mal wieder eine folge kommen können aber da war ich ja quasi auf konzert und habe ich mir quasi mir die seele aus dem Leipzig ist so mit auf was von Konzert wenn ich fragen darf du kannst du siehst jetzt das denn es ist gut als er das was sie in der Rammstein Tributband Prozent wo müssen wir zeigen dass ich mich um der Hohle und so Kof Kof macht die Eisenbahn die Kiki Kiki Eisenbahnfahrt die die liegt an den ganzen es liegt daran dass ich mich voll gewöhnt habe mich zu affen zu machen wie die animatoren ich bin dadurch noch bekloppt geworden jedoch gar nicht der moment ja ich ja gut ich auch mal kummer neben mir danke toll selber schuld also jetzt habe ich habe ich dich gerettet und ich braun schnurren weil ich hätte kein körper gehen kann blau 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 blüten sie ja halte ich für ein Gerücht weil ich für ein Gerücht ist eigentlich hier noch so eine verdammte Hause denn noch in der Durstens wegfälschbar nur eine einzige gute Frage ähm da oben vielleicht wo mein Medikett die Medikett Medikett da ja irgendwo ein Medikett oder muss ich wieder meinen ja 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 das schlucken die brauchst du brauchst nur eine Nimmung was hier rein zu bauen wenn das sowieso nur eine da dauert noch mal sie konnten ich bin so glädig oder es gibt schon nicht ich hätte jetzt hier eh nichts mehr treffen können und daher war ich jetzt auf deine hilfe angewiesen das gibt es doch nicht ich hätte ihn fast gekriegt auch nicht so zu schreien alles gut doch ich muss schreien Alter wie er hier durchgeht wir sehen uns in der nächsten Folge in dem nächsten Park